Allihallöchen und wir spielen wieder dieselbe Map wie gestern. Juhu. Ich muss mal was trinken, Alter. Mein Hals ist so trocken. Ich muss mal meinen Koli trinken. Ich habe nichts zu trinken, Mist. Trink Tinte ist gut. Aber wähl du mal, wähl du, machst du einen Hot auf Blau. Oh Gott. Was? Ich fach wirklich nicht. Gott, schon wieder die Franzosen, das gibt's nicht. Warum schreibt die mir zurück? Weil vor fünf Sekunden ihr geschrieben habt. Nein! Hat geruckelt. Die in meinem Video könnt's selber bezeugen. Also wenn es ruckelt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich am Arsch bin. Fertig. Passt. Dass er ihn eigentlich getötet hätte, wenn er nicht so verhindert wäre und ich sterbe gerade. Au. Ich weiß, ich hab nämlich gerade geguckt, der Upload, der dauert noch sechs Minuten und ich will ihn deswegen nicht abbrechen. Da ist einer reingelaufen. Ich hab ihn genau gesehen. Komm her, du Drecksack. Ha, du tot. Ah, deine dreckige Mutter hat dich... Ah. Was? Diese Leute mit einer Schrotflinde. Schrotflinde. Oh Gott, die gehen mir so auf die Eier. Wir haben die Kontrolle verloren. Schon fast tot und dann Selbstmordhilfe. Nein, wie geil. Ich hab ihm seinen Panzerfaustschlag abgeschossen. Nicht schlecht. Ah, okay. Was ein Drecksack. Der hat drei Leute auf einmal erledigt. Alter. Skill. Was ein Spaß. Hab ich ihn getroffen? Hab ich ihn getroffen? Halt ihn deine von hinten. Einfach in den Nebel reinballern. Wird schon gut gehen. Wow, da kann man nur um die Ecke... Die Sam-Tex. Das ist bitte zu sehen. Was? Nein. 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 Was? 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 Ich sehe durch. Was? Wo? Ich hab' gegnern gefunden. Oh. Da waren die Gegner. Ich hab' zwei gegnern gefunden. Das war, wo ich nur mit einem Schuss erledigt. Ich hab' gerade einmal... Fassblatt. Werner von mir. Nein, ich bin im Chat. Äh... Ich hab' gerade einen mit einem Schuss eingelegt, das ist auch nicht selten. Nein, 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 nein. Keine Hunter-Killadrone. Du ruckelst. Ich ruckel. Gut. Du ruckelst. Ja, ich weiß. Ich hab' keinen Granaten. Und? Nichtsprung. Alter, wie das ruckelt. Ah ja, darin ist der Upload eindeutig schuld. Aber vorhin hab' ich geuploadet und es ging, also... Hm. Rätsel über Rätsel. Boah! Woh! Eieieieieieieieieie! Ach, Primärgranaten leer. Nein, ich möchte... Oh, da hat mich einer Geräte, dem... ...sollte ich eigentlich danken. aber ich will nicht dankeschreiben wird das ist nicht gecheckt und das würde mich zeitkosten er wollte sich schon wieder mann vor und ich denke mal da ist ein typ ist aber nur so ein Busch Blöder Grasbüschel Kessie Leute in deinem eigenen Team Campen, die du am liebsten Töten würdest, aber es geht leider nicht, weil sie dein Team sind. Oh ja! Ja, ich hab grad voll verrückt. Ich mein, wir verlangen ja auch von den Gegner, sie nicht Campen, dass sie verspielen. Und wenn du deine eigene Leute Campen... Glaubst du den Spieler interessiert, ob der eine Campen oder nicht? Ja, also mich interessiert es wirklich stark. Ah! Weil ich immer ausraste und so einer töte, der einfach nur in der Ecke rumliegt. So ein neunjähriges... Ja, okay, ich sag mal, es ist ein unverdienter Sieg. Oh, den hat's erwischt. Jo. Nein! Okay, der hat mich echt geflaxt. Spost! Nein! Hallo! Was? Zuck! Oh, plant Coronaton und dann wieder zurück. Oh, oh, oh! Warum stinkt deine Mutter so nach Fisch? Warum stinkt sie einfach so nach Fisch? Jo, ne, wie ein bisschen Fisch... Viel Fisch so nach... Wow, wow, wow! Zwei Kills in Serie in dieser Map, Alter! Ich werd... Nein! Nein! Der liegt da auf dem Boden, schwule Sau! Und sieht mich einfach nicht, der Dreck vor ihm steht. Liebe Kinder, merkt es euch! Nicht loben! Lobt euch nicht! Das ist nicht gut! Ja, fünf zu acht, äh... Gar nicht so schlecht. Jedenfalls nicht so schlecht. Ei, wie scheiße war die Granate denn geworfen? Ich wollte reinwerfen und hab's ja stattdessen gegen die Wand geworfen. Gott, bin ich gut! Hm... Vorsicht, ProGamer unser Server! Hey, es ruckelt nicht mehr. Yay! Steig mal den Upload, ist fertig. Ja, kann gut sein, ja. Ja, könnte sein. Wir nehmen schon seit sechs Minuten auf. Joa... Ja, du. Ich will auch im zweiten Bildschirm. Voll geile Sache, sag ich dir. Voll geile Sache. Ja. Du dreckiger Bastard! Da kommt der Arsch von hinten, ey! Ich könnte den so hart in den... Biep! Ja. Bin ich voll deiner Meinung. Nein! Hast du den ersten erledigt, kommt der zweite um die Ecke gescheißert. Mann! Scheißern ist ein gutes Wort. Hä, warum bin ich jetzt tot? Kennst du das? Du bist tot. Und das ist ein Kunde später. Und das ist... Dann denkst du, ah, warum bin ich gestorben? Oh, ja. Nein, 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 nein! Warum bin ich denn jetzt gestorben, ey? Ah, Mann! Diese scheiß Hunter-Drohne. Deine Mutter! Deine arme aus hässliche Mutter! Alter, der hat uns beide erledigt. Ja, 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 ich hab davon eine Granate reingeworfen, was... Ich zugehe, muss schlauer Schacht zu kommen, aber... Mal so konnten wir da rein und der steht da immer noch in der Zitulieren-Granate. Ah, ich schräg mich auf! Ah, ich schräg mich auf! Camper-Noob. Konzept-Kamper-Noob. So, und diesmal... Yay! Letzter Kill! Ja! 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 Abgeschlossen! Ordentliche Leistung! Ja, freu dich ruhig weiter! Jetzt zieh euch meinen letzten Kill rein! Guck hier! Und dann... Hey, der schreibt bei mir, läuft's! Lauft! Pam, pam, pam! In! Und bei Kay! Ja, wir waren... Ja, 6 zu 13! Ist richtig gut, meine! Ja, eigentlich wär die Aufnahme-Session zu Ende, aber wir machen einfach weiter! Es macht so Spaß grad! Ja! Gut, wir sehen uns an der nächsten Folge! Perfekt! So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast! Äh, bin ich sehr dankbar natürlich für Kommentare! Bin ich natürlich auch relativ offen, sag ich mal! Äh, du kannst bei mir mal bei, äh, auf meinem Hauptkanal bei YouTube halt vorbeigucken! Twitter oder Facebook, da bin ich auch vertreten! Mittlerweile auch Google Plus, das ist jetzt hier grad nicht eingeblendet! Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung! Ähm... Ja, was gibt's noch zu sagen? Nichts! Einfach nichts! Gut! Wir sehen uns vielleicht bei einem neuen oder beim nächsten Video von mir! Ja! 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 Vielen Dank.